Die kalte Jahreszeit hat auch in Bruck Einzug gehalten. Was gibt es da Schöneres, als sich bei einem heißen Getränk ein bisschen aufzuwärmen? Wenn dies auch noch für einen guten Zweck geschieht, ist es doppelt so schön. Um welches Wunder handelt es sich? Das ist das Ö3-Weihnachtswunder, dass wir heuer mit Ö3 die einzige Zweigstelle in der Steiermark sind und wir hoffen, dass viele Gäste kommen. Da schenken wir Kaffee, Tee, Kakao, Heißgetränke, Produkte, die in unserem Sortiment der Firma HGA Plus sind. Und diese freiwilligen Spenden, die da hereinkommen bei dieser Aktion, werden den Ö3-Weihnachtswunder übergeben und von der Firma HGA Plus noch dementsprechend aufgestockt. Wie ist man eigentlich auf die Idee gekommen, so etwas zu machen? Auf die Idee bin ich voriges Jahr gekommen, leider zu spät. Weil da habe ich immer, ich bin ein fleißiger Ö3-Hörer und da habe ich das Ö3-Weihnachtswunder im Radio ständig verfolgt. Und dann haben wir gedacht, das wäre eigentlich interessant, dass man da einen Kaffee oder Heißgetränke ausschenken könnte. In Graz war das der vorige Jahr. Und leider geht es zu spät. Und dann haben wir uns, heuer waren wir, einen Betriebsausflug bei Ö3 in Wien. Und da habe ich das angeboten, dass wir das machen würden. Aber heuer ist das Ö3-Weihnachtswunder in Innsbruck. Das ist leider gerade weiter weg für uns. Und da hat uns Ö3 vor einigen Wochen dann zugesagt, wir könnten das machen in der Steiermark. Und das natürlich, wir aus Brucker wollen das und machen das in Bruck. Und ich hoffe, es funktioniert und ich hoffe, es kommen viele Gäste. Alle Jahr machen wir solche Aktionen, dass wir eben Bedürftigen oder normal machen wir das Leuten in der Region zugutekommen. Wir haben da schon Aktionen gestartet, dass wir halt einen Ruhestuhl oder solche Sachen gemacht haben oder Schreibmaschine gekauft haben für die Printenschreibmaschine. Und diese Aktionen machen wir eigentlich ständig. Eine schöne Aktion zu helfen. Und darüber freut sich ganz sicher auch das Christkind.